1330 kanalpunkte hohen sind von dich passt nicht habe ich schon pilz an den füßen ich würde mal sagen bei dem level kann man so schön sniper ohne zu öffnen coach noch eine noch eine Okay. Ich werfe mal eine Rohrbombe. Ich nehme eine Rohrbombe. Jockey. Lad him out. Juss. Ich glaube wir müssen backen ab. hätte mir die kit fallen lassen aber war damit geht aber wo ist denn die bitch da ich sehe sie die ist dazwischen den bäumen ein ist ein charger müssen aber weiter das ist unsere position für nichts da ist am boden machen wenn wir alle drauf ziehen kriegen das blatt na gut dann 321 wenn wir alle drauf und geht ich liebe es ja was okay und die ganze zeit auf mich zu schießen es ist nicht mit wow jungs danke Zeit, dass ich mit der Schaufel wieder angreife. Obwohl, ich könnte eigentlich mal wieder Rohrbombe werfen. So, wo war die andere Rohrbombe, die war auch irgendwo da vorne. Leute, warum tut keiner, dass die Munition die Splittergranaten aufbauen? Aber irgendwo war vorne eine Rohrbombe, wo war die denn? Hier ist eine. Oh? Ja. Naja, die wollte ich nämlich mitnehmen. Die habe ich nämlich die andere zerstoßen. Hier ist eine Luke. Hm. Die Tür muss auf. Ah. Äh. Ist nie Luke überhaupt. Ist sie um? Ja, sie ist um. Ah, ihr wollt auf den Flügel. Guck man da hoch. Verdammt, die Tür auf. Jaaaa. Das wäre auch schon. Ich mach auf. Wow. Ich bin gezüngelt. Ich komm gerade nicht weg, Wachter. Ja, ich bin im Arsch. Ich bin tot. Nein, bist du nicht. Ja, aber gleich. Ich bin tot. Nein, bist du nicht. 30. 30. 190. 60. 40. 20. Gott. Ihr müsst, wenn einer gefangen ist, müsst ihr sofort hin. Ja. Und ihr müsst ihr was am Arsch der Welt von uns. Hm? Ja. Ihr müsst doch einfach nur durch dahin, wo es hieß. Die zur Luke. Ich bin direkt bei der Luke gefressen worden. Das ist schön. Ich wusste nicht, wo die Luke ist. Im Flug zurück. Jaaa. Toll. Toll. Orlando. Guck mal! Oh, was soll das werden! Guck mal! So gut! Wuuäh! Lade! Scheiße! Immer mit meinem Nachladen ey. Oh, haow, hey! Ah, das ist genau der, der mich geordnert hat. Genau der gleiche. Danke. Ich kam grad nicht wirklich weit, weil ich ein wenig eingekreiset war. Und jetzt? Wolang? Dass wir den Typen dahinten töten? Ähm. Das ist eine gute Frage. Soll ich dir was sagen? Ich hab absolut keine Ahnung. Lass uns mal da hinten hingehen. Weil hier kommen wir anscheinend nicht weg. Oder waren wir hier schon? Nee. Da hinten ist, äh, Putz. Ich komm hier nicht alleine raus. Oh, Mann. Eine Mal brauche ich Hilfe. Oh, na Teil. Oh. Super. Da haben wir keine Waffen mehr. Und nehmen wir's mit dem Molo mit. Eine andere Waffe. Oh, ein Granatwerfer habe ich. Äh, hier drin sind auch Heilungen. Wo? Ich hab's noch eine. Na, wo ist denn meine kleine Freundin? Da wo ist denn meine kleine Freundin? Da wo sind die scheiß Granatwerfer hin? Hier, da da war. Ich bin jetzt hingelegt. Ja, ne. Ach, da unten ist er. Hat sich einer den Granatwerfer genommen? Weil damit kannst du die Witch kaputt machen. Nee. Ah, ne. Ich hab den grad. Okay. Wo ist die? Hier unten. Putz. Hier. Okay. Platz. Hier sieht's schon wieder auf mich. Sie hat nacken Häntern bei mir. Bei mir nicht. Ähm. Hera? Sie hat so'n Rosenblüten. Ja, bitte. Bist du schon? Bist du noch oben? Nein, du bist nicht mehr oben. Äh, oben war noch ein Heal. Im Zweifall kannst du dich vollhealen und noch ein Heal mitnehmen. Moment. Ich muss mich verarsten. Und ich hab behauptet, oben war noch ein Heal. Warte. Ich guck nochmal Sicherheitshalber nicht, dass du dich jetzt nimmst. Äh. Ne. Das Heal ist nicht, der Heal Pack ist nicht mehr da. Hä? Hä? Wundert mich. Wundert mich jetzt auch. Okay. Wahrscheinlich hat Coach den aufgenommen. Kann natürlich sein. Das ist gut. Ja, Coach hat wieder Medipack, dann war er das. Also wirklich. Oh. Na, wo ist der Zungentyp? Keine Ahnung. Na, wo ist hier ein Smoker? Ich bin noch. Sei nicht. Ah, ich höre mir aber geradezu. Frage, wo seid ihr? Ich bin hinter dir, ich glaube, die ganze Zeit nach. Habe ihn auch gehört. Habe ihn auch gehört. Wo seid ihr jetzt auch hier? Ja, hier. Ja, hier. Ist der Monkantier klar dazu? Hunter. 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 Ich möchte nicht schießen. Ich hab ne Ding. Ich hab die, 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 den Granatwerfer, da möchtest du nicht getroffen werden. Äh. Aua. Super. Das Hirn hat ja total viel gebracht. Danke, Coach. Da ist ne Badewanne. Schon mal eine gesehen? Hahaha. Ei Alice da ist ne Badewanne. Schon mal eine gesehen? Schon mal eine gesehen? Haha. Sehr witzig. Haha. Sehr witzig. Aufpassen! Und ich bin gleich meine Moni los. ich habe noch eine kugel dann auch nein und jetzt kommt der tank oder jetzt kommt der tank so wie eine art endboss ich muss mich auch heilen ich habe nur noch ein lebenspunkt soll ich euch mal sagen dass es noch viel schlimmer ist ich habe keine ich kann meine weiter wegschmeißen weil es ist nett aber ich glaube da hinten ist ein sicherungsraum das wäre wundervoll oh nein hier ist ein jockey irgendwo naja ich höre es auch aber ich sehe es noch nicht da unten drunter ist also nein da ist es hinter dem baum wenn der jetzt hochgekommen hier sind andere waffen das ist gut ich wollte gerade sagen wir werden gehandelt bei der flaschenlampe was meine taschenlampe hat gerade geflackert ja ich bin gerade vertrügelt hier gibt bei mir gibt es wieder spreng sprengladung also springen ist gut nur mein hilfwerk ist irgendwie jetzt weg das war ich davor hatte das hier weg ist jetzt weg ok ja weil du das fällen lässt ja ja aber das mit aber das hat jemand anderes jetzt genommen coach damit er er kommt schon ziemlich doch mal komm her denn nicht immer an der kurs ist immer das ist eine KI mehr oder weniger bis da was ist mir zu blöd ich habe ihm voll die faust in die fresse gehauen und du die kugel und das sind beides gleichzeitig das ist das wäre so einfach so ein geiler flashback gewesen nein ich bin danke die haben sich echt abgeschottet jemand da durch das haus schaustraum oh gott nach der grad mach mal die tür zu ich habe gerade wirklich gedacht bei der taschenlampe würde flackern das war sehr lustig das habe ich vorhin auch ein paar mal ich so nein wir sind nicht im passmo geil das war alles das war